Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Sehr cool. So, das würde ich heute gerne mit euch fertig machen und dann beginnen die große Ölpumpe zu bauen und vielleicht ein, zwei Ölsauger. Ja, wir brauchen mehr Energie. Energie wie noch nie. Das bräuchten wir heute. Ach ja, so, hier hinten, genau, da kommt nämlich, na, so, das, 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 das und das und ich glaube, ja, das, der Vollständigkeit halber, der Vollständigkeit halber. Ja, jawohl. Und hier. Wunderbar. Da hinten könnten wir auch noch. So. Geht ganz schön weit nach hinten irgendwie. Irgendwie. So, na dann. Machen wir das mal hier. So. Wir schanabben uns die ganzen Brädchen. Acht Grad schon wieder. Wahnsinn. Und es wird ein langer, kalter Winter werden. So, da ist alles drin. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Super. So. Dann machen wir die drei mit. Da ist alles zu. Das ist gut. Moment. Nee. So. Jetzt passt es wieder. Sehr schön. So. Hier kommt dann auch die Küche noch dran, beziehungsweise da hinten, aber. Da könnten wir auch ein Windprojekt noch hinstellen. Stereo Windprojekt. Das Windprojekt, das Windprojekt, das ist hier gar nicht gut versteckt. Doch, finde ich schon. So, hier. Da stellen wir uns doch so her. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Oder? Ja. So. Projekt 20. Wir haben ein paar Brätchen in der Tasche. Das ist gut. So. Da würde ich gerne hier Decke. Bam. Ja. Ach, das können wir noch nicht. Okay. Da brauchen wir noch Holz. Mike, bring das Holz. Sehr gut. Danke dir, Mike. So, dann haben wir hier Decke Holz. Yeah. Und einmal in der Mitte brauchen wir dann noch. So, und einmal in der Mitte noch Holz. Yeah. Sehr cool. So, das machen wir natürlich da auch. Decke, Decke und dann in die Mitte noch mal rein. So soll das mit den Hölzern sein. Sehr cool. Dann machen wir uns gleich die zwei. So, das war's für den Bau heute. Nein, wir kommen ja noch mal. So, wir brauchen mehr Extrakteure. Ja, hilft nix. Müssen mehr werden. So, und zwar bauen wir hier noch einmal ein platzierbar sonstiges Extrakteure. Na ja, so weit will ich den da gar nicht. Ach so, wegen des Überhangs. Der Überhang, der Überhang. Oh mein Gott. So, da brauchen wir noch sechs Stück. Eisenbahnen. Die werden wir uns aber auch noch holen. So, hier drin. Da haben wir nix mitnehmen. Nix mitnehmen. Kein Sand. Kein Sand. Yeah. So, wir fangen mal hier an. Super. Burn, baby, burn. Dann machen wir mal hier. Burn, baby, burn. Und haben wir da noch welche drin? Na klar. So. Dann machen wir hier noch. Super. Und hier noch. Nein, das mit den Vieren lassen wir da. So. Sehr schön. So, die restlichen Fragments da rein. Schauen wir mal, was wir mit denen dann noch machen. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir auch gleich. Lame. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nö, aber Sand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Super. So, raus damit. Hier. Mission. 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 Und Mission. Super. Zement kommt da rein. Das ist toll. So soll es sein. So, wir brauchen für die Windradar. 40er. Oh, Bleibahn. Viele, viele bunte Bleibahn. So, ist gleich durch. Das werden wir dann ablöschen hier. Yeah. So. Und hier. Ablöschen. Okay, mit anderen. Yeah. So, das packen wir mal da rein. So, dann haben wir noch die zwei. Das. Ablöschen. Und dann haben wir gleich. Funktioniert das nicht mehr? Ach so, haben wir schon. So, und dann hier ablöschen. Bam. So, vorher brauchen wir natürlich noch vier Stück Biomüll. Eins, zwei, drei. Ach komm, wir nehmen alles mit. Die, 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 die. So, Steinchen. Das nehmen wir mit. Das passt so. So, da haben wir Lehm, nehmen wir auch mit. Super. Wunderbar. Verwursteln wir das gleich. So, mit allem. Sehr schön. So, Biotreibstoff. Rauf damit. Dann haben wir ganz viel. Eisen. Hm. Was kostet der? Was kostet der? Also, ganz viel ist gut. Der braucht 50 Eisenbahnen. Okay. 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 Kobalt könnte man auch oben reinwerfen. Haben wir so viel Kobalt überhaupt? Ein bisschen was. Ein bisschen was kann man reinwerfen. So, dann schauen wir mal. So, ein Windrad oder so, bekommen wir hin. Nö, bekommen wir nicht hin, weil wir wegen Alu. Macht nichts. Wird später. Und dann schauen wir mal. so da ist alles drin dann fehlt hier noch der walk away here reingelegt super alles drinnen alles da so weit so super alles klar so jetzt aber wasser alles aufgedreht eigentlich ganz gut so passt super dann schauen wir mal wieder hier für einen weiteren extrakteur so acht brettchen acht einmal wieder acht nägel und für den reibstoff 1 2 3 4 passt zu also so so meine lieben ja ich weiß heute bin ich etwas stiller verzeiht mir wird wieder besser wird wieder besser wobei solche tage muss es auch geben tja was mit mike was ist mit mike ok der hat keine keine futtersachen mehr ok das werden wir gleich ändern kümmerlich um die beta holzheit ständer mike wobei 95 die geht es gar nicht so schlecht ich dachte mir es ginge dir schlechter so und dann haben wir kartöffel da fangen wir auch mit kartöffeln an so dann haben wir da 1 2 3 alle wie schaut es eigentlich mit reparatur kisten aus gut 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 so dann haben wir den wieder genug davon so ja hätte ich gern wir müssen das alles aufbauen wir müssen das tor fertig machen und wir müssen was wir alles müssen da hilft ja nichts was kostet das tor 10 mechanik ja toll nicht mal das bekommen wir hin so aber wenn wir das anzünden soll es was werden können so wunderbar so so dann alles mal hier was haben wir an lehm dabei naja 20 könnten wir machen machen wir die 20 ist besser besser ist nichts so da haben wir den mit ihm mission mission und er mit ihm mission cement ja so die müssten dann mal durch sein wir schauen mal nach hinten ja da könnte man schon fast wieder einmal biomüll bei jedem nachfüllen wird sich schon wieder ausgehen so wir haben das und das moment so gleich sind wir da durch dann kann man das auch endlich endlich abschließen so ist da sand 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 nö also sand steinchen stein auch so raus löcheln raus na löcheln und raus mit löcheln so da haben wir den und da haben wir den so jetzt schauen wir rauf wie viel holz da schon rum liegt und vorher natürlich noch beim wind projekt so ich glaube er ist ganz fleißig jetzt am ernten so super mike mike läuft er läuft und läuft so wir haben oh ja eins zwei eins zwei eins zwei dann bräuchten wir noch zwiebel haben wir nicht wir haben keine zwiebel mike 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 zwiebel so mike mach weiter so wir brauchen zwei dosen eins zwei so zuerst mal er mit ihm und das da nö falsch so einfach der falsche tisch eins zwei drei oh kartöffel so jetzt aber eins zwei drei vier alle beide erstelle ich wir so er alle bam zwiebel zwiebel ist schon wieder gut ah schön so das wiederum dann ich würde schon sagen dass wir hier vielleicht vielleicht doch noch Fundament hier das da und sicherheitshalber das da damit da keiner rein fällt aus gründen so und jetzt gehen wir einen Baum fällen das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht ja 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 keuch mal so ein huhn seit wir mike haben glaube ich haben wir gar nicht mehr baum gefällt oder also also um eine wagen voll zu füllen meine ich das flug holz so 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 was was wieso so ja toll ich nehme dich mit drauf so zuerst mal mal die Tür zu machen und weg ist na gut die super wunderbar so und jetzt probieren wir platzierbar sonstiges die öl die ölsauger stellen wir da draußen oder 1234 dann haben wir den hier beim beim und dort auch super so hätte ich es gern so wir brauchen holz vier ölsauger das muss reichen vielleicht die 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 so ich glaube wir stellen jetzt mal wieder um auf auf holz holen der weg ist schon weit also der ist wirklich weit wir stellen mal hier das holz ab dann würde ich sagen mike güter mach mal hier und mach mal dann erst die bete kommt mike los so jetzt schauen wir ihm in die kisten ja der hat schon sachen geholt ja nicht jetzt zwingend viele aber ein paar naja 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 so was macht er da hinten dass der immer durch die durch die berge durch kann finde ich irgendwie strange so jetzt ist er wieder da was macht er da der gute mike so und er hier so moment wir machen mal den wir machen mal den wir machen mal den so und dann werden uns ein bisschen fleisch gleich holen so das war's dann holen wir uns hier mal fleisch essen 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 das wollte ich eigentlich nicht droppen das ging so schnell so dann haben wir den hier im moment doch ja hier dann das lassen wir da stehen das scharf bringen dann rein da schaut nur ein bobby rein so ja das ist okay wir haben das wir haben das wir haben das und nix doch gehen wir mal fleisch rein wer muss da ja auch nicht sein die 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 so so kartöffel da unten würde ich da einlagern wobei will ich mich jetzt wirklich mit diesen viel kartöffeln befassen eigentlich will ich das nicht so ein zwei drei wunderbar so haben wir auch holz eins zwei drei ja dann so da hinten fehlt noch zwei und hier mit schrauben wir brauchen 80 schrauben ganz viele stahl waren okay machen wir das mal so ganz viele 80 schrauben 80 schrauben okay 50 hätten dann brauchen wir noch 30 1 2 3 4 genau ein bisschen mehr machen man weiß ja nichts dann können wir 10 schrauben weglegen wobei lass uns alle mitnehmen so steil keine ahnung eins oder vier weiß ja auch nicht so dann haben wir mal die schrauben bäm 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 mike ein stahl bahren viele mechanic teile so ein stahl bahren mechanik teile machen wir mal da oben 4 Mechanikteile fehlen noch und ansonsten nur noch Alu so, auf den warten wir noch Mike, auf dich warten wir wir haben auf dich gewartet 4 Mechanikteile, viel Alu so, machen wir den mit runter ja so, 4 Mechanikteile ach, da sind nur 3 ok, dann zumindest mal die Mechanikteile fertig machen super so, 30 extrem viel Alu vielleicht stellen wir es doch wieder um auf Alu die Extrakteure ich glaube das machen wir Mechanik Schrauben so wir nehmen mal mit ja genau, jetzt geht uns die Energie aus super darauf haben die Skorpione gewartet bam 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 so super, dann brauchen wir da vorne die 5 Stellen wir wieder um auf nur Alu mitnehmen mitnehmen nur Alu mitnehmen nur Alu wie viele Steine da rausgekommen sind ok, da ist nichts drin hier hat man 34 ja gut so alle yeah lame dann schauen wir da mal 34 haben wir gesagt das ist gar nicht so schlecht machen wir das mal ja so, dann haben wir hier na die angefangenen das angefangene machen wir weg da haben wir auch ein bisschen was vielleicht kriegen wir das alles doch voll so dass wir die einmal noch laufen lassen nö, alle werden es wohl nicht werden naja macht nix so bam so, dann haben wir lame 1, 2 sand 1, 2 machen wir den oh ja ein Schweinchen könnte man essen mischen so und 1, 2 mischen yeah Cement ich nehme alles und packe es ins Moped so ich bin gespannt wenn wir das vollgeladen haben wie viel Geld wir kriegen ja dann müssten wir es halt zählen und dann müsste ich rechnen und äh ja natürlich müsste ich das so aber es läuft es läuft meine Lieben alles entwickelt sich gut guck an fehlt da jetzt noch viel viel ist es ja nicht mehr was da fehlt ne einfach nur mehr Alu den Rest haben wir eingebaut genau da kommen unsere Ölsauger her das wird wunderbar ja da freue ich mich da stehen dann unsere Ölsauger hier wird der Ölsauger Platz meine Lieben ich bedanke mich für's dabei sein wir sehen uns wieder in der nächsten Folge morgen 10.15 Uhr bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.